Prepare for certain death Ah, Schiff. 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 No. Safe not. Konzept dienen hören schon, Pizien. Schwer mitgekommen. Ich weiß nicht ob Gegner mitgebrauchen. Ich hab keinen Bock auf Gold-Liga, Junge. Dann werden Gegner schwerer. Ich hab 12 Heavy Mags, Alter. Ey knusper Knäuschen, Alter. Der lootet da wieder mein Häuschen. Und du lootest mein Häuschen. Jaja. Pizien. Was denn? Siehst du wieder in mein Haus? Verpiss dich. Ich leg hier jetzt ne Flatline mit, äh... Ingenzahl. Lass dich gerne bedanken und hinter mir zurückbleiben. Kannst du ja nicht schön sonst nicht besticken. Boah, Tizien jetzt wird's mich echt verarschen. Jetzt lasse ich absichtlich in jedes Haus vor mir. Nein. Ich weiß nicht wovon du redest. Puh? Gegner hier. Von wo? Ich dachte du bist da direkt vor mir. Bei dem... bei dem... Ich geh zurück um Konstantin zu supporten. Ja, ich komm mit. Ich glaub das war ein Rays. Das war ein Rays. Ne, ich glaub in meinem Haus ist auch noch jemand. Ne, okay. Mein Haus ist clear. Ja, der jetzt wird es. Okay. Da kommt ne Zipline. Da oben beim Haus. Geht nach rechts weg. Nach da irgendwo. Sollen wir nach hinten? Da, direkt vor uns, direkt vor uns. Ja. Boah! Junge bin ich gelasert worden. Ich treff grad einfach nix. Kommt der Paus? Von der Seite auch, von der Seite auch. Ich glaub hinter dir, Philipp. Oh, Junge, recht hier oben. Ja, die ist abfauen, die eine. Hat jemand, äh... Red Heels? Konstantin, komm mal ein Stück zurück. Kommt doch, ich hab da... Ich hab Syringes und nen... ...Met. Ja. Braust du was? Ja, Syringes. Warte auf dem Dach, warte, lass das doch hier. Komm mal nach hier. Holy shit. Syringes liegen unterm Haus, sonst... Warte, ich kann die auch hoch bringen. Ich benutze den Fenix erstmal. Mir gefällt das nicht. Sollen wir zum Ballon und dann hier weg. Können wir machen. Weil in 8 Sekunden kommt die Zone und ich sehe nicht, dass wir so dominieren, dass wir dann hier wieder abfahren können. Die eine geht links rum. Kommt, lass, lass den Ballon nehmen. Lass nach hinten durch weiter und dann ballonieren. Ja. Ja. Wenn wir erst die Etage gehen, haben wir dann ne SIP. Ja. Hau ich's gerade hier zu Fuß. Ich bin bei Konstantin. Ich gehe bei Labs rein und dann oben durch den Links. Ah, hier ist ne... Gasfalle, Vorsicht. Okay. Okay. I still see everything. Damage upon me. Ah fuck, ich bin gar nicht Korsning mehr. Haha. Ich dachte so, ja, haha, Gas, das geht mich nicht. Yeah. Watch my back. Der Cage ist auch nicht mehr in der Zone. Aber wer zieht's so weiter. Aber scannen mich mal jetzt nicht. Auf mich wird geschossen von der Seite hinter dir, Philipp. Fuck, Granaten neben mir. Ich muss kurz ein bisschen rutschen. Ja, ich werd erwischt. Ich hab keine schöne Teilen. Ja, das weiß ich auch. Oh, die sind da auf der Anhöhe. Und einer hier unten. Einer hier unten. Ich laufe. Hier unten ist ein Schilddown. Hier unten drin ist einer. Hey, lass laufen, lass laufen. Das ist sicherlich. Die schießen wieder aufeinander. Das geht's richtig ab da oben. Ja, ja, ja. Also richtig. Äh, braucht jemand einen Strobe, hier? Guck mal, von hier oben, glaub ich, schießt einer. Ja, ja. Würde ich neben mir. Dreck von Steiner. Ja, komm, lass den, lass den einen hier. Der, oh ne, der Squad ist direkt über dem. Ne, 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 warte. Okay, lass jetzt nicht einpushen. Lass jetzt nicht einpushen. Lass lieber direkt weiter in die Zone. Ich hab, äh, keine Ordnung. Ja, ich bin eigentlich auf der Zone. Was war der Vorschlag, Mama? Hier. Das ist ne Zipline. Okay, ja. Hier ne Zipline nehmen, die geht bis dahinten, und dann sind wir fast bei der Aufbereitung. Bin ich dabei. Verstanden. Akzept? Ja. Ja, ja. Auch alles gelootet. Boah, Junge. Wirklich keine gute Ausstattung diesmal, ne? Ich hab so ne, okaye. Boah, Schädelspalten wäre schon geil. Also ich mein, die Flatline ist voll in Ordnung. Ich glaub, Steps, oder? Wenn das ihr nicht seid, ich bin immer so verwirrt. Ich glaub, das waren wir, aber... Ich geh direkt high. Sauber. We're close to the ring. 10 seconds. Barrelchoke. Sollen wir zum Job? Ja, okay. Konstantin, man kann nicht überall langlaufen. Äh, ja okay, ich versuch mal meinen Spot einmal. Irgendwer ist gerade bei uns gelandet, ne? Kann das sein? Weiß ich nicht. Egal, wer war. Komm, ich lauf ein Ulti, Alter. Oh Gott. Ich halt meine Ulti im Ansatz und bin bereit zu smocken. Ich seh ja zum Glück schon mal grob den Gegner kommen. Okay, keine Quaver, aber PC. Äh, lass, lass du Phillip aufschließen, da ist Zone. Oh ja, okay. Lass, lass das aussehen. Okay, okay. Äh, das ist auch mittiger. Okay, und das hat halt am meisten High Ground. Und ist noch mittiger in der Zone. Ähm. Chimona. Chimona. Kann ich. Oder? Doch, da. Top 4, safe. Ja. Okay. Ja, aufgesehen. Ich will nicht rausfliegen, please don't. Auf dem Dach, ne? Unten, links, links. Sobald die Zone pusht, schmeiß ich meine Ulti. Oh, der eine an den Sniper klingt sogar böse. Was ist das für ne Waffe? Ja, die klingt böse. Ja, Longbow oder Quaver. Ich kann richtig böse, Alter. Ja. Kann auch ne Felsen irgendwo ein. Da an dem Felsen, ne? War der böse. Warte, ich geh jetzt mal zumindest nicht mit dir ans Fenster. Boah. Könnt ihr euch beschießen? Die hat mich gerade im Visier echt chill kurz. Ich schmeiß, wenn noch 10 Sekunden sind. Obwohl, ne. Genau, wenn die Zone los bewegen will, schmeiß ich meine Ulti. Oh, die werden auch von da hinten angegriffen, ne? Geil. Sehr, sehr geil. Oh, die Quaver schießt die Mono? Ja. Jetzt schmeiß ich. Jetzt schmeiß ich. Wenn die dann ganz hinten liegt, ne? Da hinten. Ah, das war vielleicht doch fast früh. Ist egal. Ja. 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 Ein Hit hab ich. Ein Nicht-Shield-Hit. Gebt ihn, Freunde. Oh, ein Team ist gefallen. Ne, wir sind so gut hier. Ja, stimmt. Ich bin auf dem Dach. Ich bin auf dem Dach. Hinter der Mauer. Ich bleib einfach... Ja, jetzt kann ich alleine sein, oder? Also, wir sind das... Das ist ja Finale. Sollen wir die pushen? Ne, ich glaub nicht. Wir haben einen zu kranken Caustic-Vorteil. Die muss zu uns kommen. Ja, wir haben einen zu kranken Caustic-Vorteil. 100 Pro ist das keine Watson, deswegen haben wir sogar noch Ulti-Vorteil vor uns. Oh, vor uns, direkt vor uns. Sind auf jeden Fall mehrere, sind safe mehrere. Ja. Ja, ja, ja. Der Caustic hat den Flut geschlossen. Flut gebrochen von der Lifeline. Ich, äh... Ich geb den hin gerade. Mit der... Mit der... Der Caustic ist hier drin. Ja. Ich werfe jetzt meinen... Pass auf, dass ich... Fels, ne? Ja, ja, ja. Ah, das war ausgerechnet ein Caustic da drin. Wenn die jetzt noch nicht schmeißen sollen. Ich dachte, dass... Der Caustic hat den Flut gefressen. Ne, dass ich nicht falle. Dass ich mich hier, äh... Zusammenreiße. Ich hab ne Granate hier. Ach, vielleicht geht's ab. Ist auf dem Dach, ist auf dem Dach. Zwei Leute drin. Ich glaub, es sind noch zwei. Heilen, heilen, heilen. Richtig gut gefressen. Ich hab ne Batterie. Braucht ihr? Wir haben Zone. Wir haben Zone. Ja, nimm... Nimm Phoenix. Nimm Phoenix. Voll gut. Ja. Ihr habt ne Axt da rein. Einer unten, einer oben. Ey Junge, der Scan ist so sexy, ne? Ich n Tür. Die müssen raus. Die müssen raus. Der hat gibt Ulti gebollt. Ulti ist gekommen. Der ist hier auf der Tappe, hallo. Ja, ja, ja. Ich komme. Ich hab dir einen Choke von Dach zu Dach für hunderte gegeben. Junge, ja. Auf Instanz ist die Interaktion egal. Ey, ich weiß nicht wie ihr es gemacht habt, ne? Aber... Alter Schwede. Ich hab nichts getan. Ich hab nur Schüsse geschluckt, damit die mich die ganze Zeit auf dem Dach beachten. Die waren aber auch wack, muss man sagen. Ja. Stark. Zwei Kills, reicht Junge, reicht.